Das ist jetzt 40 Jahre, wo wir noch ein Stück abfasert haben. Das macht Zugführer, abdrücken, dann steckt er hier, man kriegt dort die Tasten auf der Tür, die Tür offen ist, in der Mitte die rote Lande, da ist es offen. Hier gibt es ein gutes Beispiel, der Bahnhof ist in der Koffe, da sieht man ihn sowieso nicht. Da muss man warten, ob das alles schon zu ist. Und da haben wir Saisonen gemacht, also dann zwei Minuten den Abfackele machen, und sie müssen die Distanz zwischen den Bahnhof und dem Zentrum zum Besseren schicken. und der Bahnhof, der Bahnhof ist spätig, in einem Radiusz, hier ist die Koffe, hier ist die Saisonenichalle, hier ist die Koffe, wo es in dieser Reihe ist. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das ist deutsch. Stuttgart Vielen Dank. WDR mediagroup GmbH 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Es geht auch mal interessant, dass die ZBD in der Kamera jetzt den Rappen auszuschauen kann. Ja, weil die Feisterer sieht den Unterschied jetzt. Jetzt fährt er auch nach dem Bildschirm. Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 4.8 Uhr 25, 25, 5, 6 Minuten der Zeit. Ja, das ist gut. So zu sagen, ja. Untertitelung des ZDF, 2020